Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. So stellt man sich den Winter vor. Das ist meistens die Realität. Und von dem wäre dann ein bisschen fällig. Und genau das kann ich Ihnen heute offerieren. Köstliche Fruchtsäfte aus tropischen Ländern. Und das quasi zum Last-Minute-Preis. Früchte sind von Natur aus wertvolle Vitamine und Mineralstoff-Lieferanten. Besonders Zitrusfrüchte gehören zu den Spitzen. Was den Vitamin C-Gehalt betrifft. Der Mondial Orangensaft ist nur bei Coop erhältlich. Der 100% reine Fruchtsaft ist reich an Vitamin C. Und darum während dem langen Winter der beste Muntermacher auf dem Zmorgentisch. Er bringt einen wieder so richtig in Schwung. Eine weitere Coop-Exklusivität ist der Vitavit von Mondial. Eine naturreine Fruchtsaft-Mischung mit 10 unentbehrlichen Vitaminen. Der fruchtige Genuss ist eine echte Vitaminspritze für alle, die so richtig dran müssen. Und für alle, die die Orangen am liebsten selber auspressen möchten, aber nie genug Zeit dazu haben, gibt es den Mondial Orangensaft in den Mehrwegflaschen. Mit viel Fruchtfleisch und darum noch fruchtigeren Geschmack. Alle Fruchtsäfte von Mondial offerieren wir Ihnen, wie erwähnt, jetzt zum Aktionspreis. Und der ist garantiert das Einzige an dieser Geschichte, die nicht saftig ist. Vollkornteigwaren sind kochfest, haben viel Geschmack und mehr Nahrungsfasern. Seit neuestem werden sie bei uns aus Hartweizen aus kontrolliertem biologischem Anbau hergestellt. Und heissen darum, Goop Naturaplan Teigwaren. Alle, die mit Vollkornteigwaren bis jetzt noch nicht so viel haben angefangen, empfehle ich darum heute das Rezept von Armin Amrein. Grüezi miteinander. Um ein bisschen kräftigeren Geschmack von Vollkornteigwaren, passt natürlich auch eine kräftige Soße, wie mein Rucola-Pesto. Den Rucola, Basilikum und den Peterli waschen, trocken schütteln und die Blätter von den Stillzupfen. Zusammen mit Pinienkernen und Parmesan pürieren. Jetzt mit Hühnerbuio verdünnen, bis eine glatte, hellgrüne Masse entstanden ist. Mit Salz, Pfeffer und Musket würzen. Die Vollkorn-Spaghetti in reichlich Salzwasser bissfest kochen. Noch abtropfen und sofort mit der Rucola-Pesto vermischen. Die Spaghetti auf vorgewärmte Zupperteller verteilen. Mozzarella-Würfel drüben streuen und mit Rucola-Blättern garnieren. Die Spaghetti einmal eher ungewohnt. Das Rezept dafür steht im Aktionsinserat. Das ist die gelb-schwarze Top-Seite in der Coop-Zeitung und auf dem Internet. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Bestimmt viel Vergnügen macht Ihnen auch das Penisonics Set 610 von Radio TV Steiner. Der 70 cm Farbfernseher mit allem Bedienungskomfort wie automatischer Senderspeicherung und Top-Teletext zusammen mit dem Videorekorder mit Showview und automatischer Zeiteinstellung können Sie jetzt mieten, und zwar für 59 Franken im Monat. Mit diesem super Angebot von Radio TV Steiner sparen Sie also jeden Monat 22 Franken. Recht viel sparen können Sie auch, wenn Sie sich vor dem Einkaufen über unsere Aktionsangebote informieren. Das sind ein paar davon. Bananen zum Beispiel gibt es per Kilo für nur 2 Franken. Und das Viersaltebrot aus unseren Bäckereien für 1,40. Alle Jubilor-Kaffee, 500 g gemahlen und wack verpackt, sind 2 Franken günstiger. Und wie schon im Hauptbeitrag erwähnt, sind alle Mondial-Fruchtsäfte günstiger. 6 x 1 Liter Orangensaft zum Beispiel kostet nur 5,70. Ausserdem offerieren wir Ihnen Jeans für die Kids ab 18 Franken und für die Juniors ab 20 Franken. Und im GoPro-Restaurant steht diese Woche neben anderem ein Berner-Teller mit Salzherdöpfel und Sauerkraut für weniger als 10 Franken auf der Karte. Im vergangenen Jahr hat ein ganz besonderer Film auch in den Schweizer Kinos einen grossartigen Erfolg verzeichnen. Mikrokosmos, das folgte ein Gräser. Exklusiv bei uns bestellen können Sie jetzt attraktive Mikrokosmos-Posters in 4 Syche aus dem Film gegen eine Portogebühr von 4 Franken bei folgenden Adressen. Gobe Schweiz, Stichwort Mikrokosmos, Postfach 4091 Basel. Verzichten Sie also nicht auf die tolle Wanddekoration. Und erst recht nicht auf das Gobe-Studio vom nächsten Mittwoch. Für heute auf Hinschauen und noch einen schönen Abend.